Wenn jemand traurig aussieht und keine Freunde hat, der tut mir dann immer ganz doll leid. Wer sieht traurig aus und hat keine Freunde? Sorry. Der Verkäufer vom Express-Fotoshop? Den kennen wir doch so gut wie gar nicht, mein Schatz. Vielleicht hat er ja sogar ganz viele Freunde. Und bestimmt hat er auch eine Freundin und eine Mami und ein Daddy, die ihn lieb haben. Das glaube ich nicht. Ich arbeite schon seit über 20 Jahren in solchen Fotolapors. Und ich halte diese Arbeit für sehr wichtig. Hallo, Mrs. Jocke. Wie war nochmal die Adresse? Ähm, 326. 326 Serrano Terrace. Sind das Familienfotos? Ja. Darf ich die mal sehen? Sie sind ein sehr glücklicher Mann, Mr. Jocke. Sie haben eine wunderbare Familie. Und wenn ich das sagen darf, auch ein sehr schönes Haus. Wie bitte? Laut Oxford Dictionary stammt der Begriff Schnappschuss ursprünglich aus der Jagd. Sehen Sie aus, als hätten Sie Spaß dabei. Lächeln Sie. Als ob. Sie sollen nur so tun, als ob. Hallo? Lächeln! Lächeln! Oskar-Preisträger Robin Williams One-Hour-Photo Heter-Murit. Bishow-Pinicki. Untertitelung des ZDF, 2020